So... Tritop und, 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 und. Es wird dunkel. Es ist unschön. Alter, mir gefällt nicht, dass die anderen Haie da... Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das jetzt mache. Also, wenn wir das Ding jetzt schon reiten könnten, angenommen. Nur mal so angenommen. Dann könnten wir uns nämlich rufschnallen hier und dann könnten wir nämlich alle anderen hier platt machen. Ja, das könnten wir, weil wir so harte Plattmachhunde sind. Hier. Kannst dich schon mal da an dein Leben an Veganheit gewöhnen. Dann kriegst du ein paar Bären. So, wir brauchen aber noch ein paar mehr, weil meine Nase kribbelt. Aus dem Grund brauchen wir Bären. Aus keinem. So. Gut, 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 gut. Ein lila Strahl. Könnten wir hin. Aber, ne, weißt du. Dann kriegen wir nachher nur Sachen geschenkt. Wir sind hier ja nicht im Wünsch-dir-was-Gefilde. So, wir brauchen aber noch ein paar Bären. Nein, ich möchte den Baum nicht harvesten. Ach komm, geh doch weg, Baum. Echt, ey. So ein aufträglicher Baum, ey. Wirst du irgendwie nicht Greenpeace zu rufen oder so, weißt du? Wie nehme ich denn in den Mangel? Da kettet sich nachher einer ran, weißt du? Dann seid ihr ja quasi verheiratet. Weil ich weiß, was er denn mit dir treibt. Mit deinen Baumlöchern oder so, weißt du? So, lasst mein Freund da hinten in Ruhe. Oder Freundin, oder? So, noch ist der... Warum hängt sein Schwanz eigentlich so runter? Muss ich den... Nein, ich will den Schwanz jetzt hier nicht streicheln, damit er nicht mehr runterhängt. Das ist ja furchtbar. Was habt ihr denn hier für Gedanken? Natürlich einfach so. Aus Jux und Dollerei. Ich hab keine Ahnung, was ich hier sag. Ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt ein Hai hab. Soll ich ihn Haihappen nennen? Haihappen Muhaha oder so? Das wäre ja schon recht stylisch, der Name, ne? Ich denke mal, dass ich denn mit dem Hai einfach... Naja, erstmal ein bisschen hier auf dieser Oberfläche herumschabe. Muss aufpassen, dass er nicht strandet. Warum habe ich denn jetzt schon wieder Hunger? Alter Junge, ey. Mein Leben besteht ja auch nur aus Essen. Habe ich noch andere Beeren? Ja, natürlich. Ein paar gute Beeren sind ja, wie gesagt, nicht zu verwehren. Ja, immer dieselben Sprüche bringen, das bringt's. So, noch ein paar weitere... Ich krieg hier epileptische Anfälle vom Ticker. Brauchen wir jetzt noch ein paar... Narco-Berries ans... Weißt du? Einfach so. Einfach so. Weil ich's kann. Nein, will ich nicht. Es ist mir unangenehm. Wir sind hier auf Twitch und nicht auf andere diverse Plattformen, die nur 50% des Internets ausmachen, aber die ich natürlich kein bisschen kenne. Ich muss hier Beeren sammeln. Ich hab jetzt keine Zeit, darüber zu reden. Ich muss hier Beeren sammeln. Ich hab... Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hätte das... Also, ich könnte das Thema jetzt natürlich vertiefen. Ohne das Wort vertiefen dafür zu benutzen. Aber... Ich hab's jetzt gesagt und... Ich muss jetzt... Ich muss mich um den Hai kümmern. Ich hab für sowas keine Zeit. Es gibt wichtigere Dinge im Leben, außer... Es läuft alles auf dieses... Hinaus. Es ist schlimm. Es gibt wichtigere Dinge, als... Keine Haie zu füttern. So, wie sieht's denn jetzt aus? So, jetzt schnell mal vom Thema abkommen. Hier noch ein paar Beeren. Oh, lecker, lecker Beeren. Schön narkotische Beeren. Das ist wie damals in der Disse. In der Disse. Das sagt man heute noch so. Hat man auch immer narkotische Sachen bekommen. Also... Zumindestens ich. Als ich noch klein war. Das war so schlimm. Naja. Ich kann mich aber nicht dran erinnern. Trotzdem war es schlimm. Obwohl ich mich nicht erinnern kann. Es ist so verwirrt. Der hat immer noch Hunger. Ich mach hier gleich ein Feuer. Ich hab kein Holz. Ich kann kein Feuer machen. Ich mach mir jetzt hier ein Feuer. Ja. So. Mäh, mäh. Ja komm, Baum weg. Baum weg. So, ich brauch noch Stein. Hab ich Stein? Ja, hab ich sogar. Ist doch unfassbar. Tja, hättest du mal Fangkuchen gemacht. Der wär nicht übergelaufen. Und wenn ja, dann hätt ich mir auf jeden Fall Gedanken gemacht, wenn Kartoffel... Äh, wenn, 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 wenn... Wenn Fangkuchen überlaufen. So, wo ist denn hier mal so ein... Hab ich sowas? Ich muss doch sowas... Feuerstelle? Hallo? Hallo? Ja, ich weiß, du hast Hunger. Wir haben alle Hunger und... Flint! Was brauchst du denn jetzt in Flint? Ich hab doch gar kein... Jetzt liegen jetzt da einen Stein. Schnell, lauf! Lauf zum Stein! Ha! Hunger gestillt. Wir haben eine Beere gegessen. Haha, doch, kann man. Und wie man das kann. Schön mit Chokodrops drinne. Oder, oder... Oder mit Erdbeeren und Schlagsahne und so einen ganzen Kram. Hm. Ja, toll. Hunger bekommen. Das ist immer das Beste. In-Game, Out-Game. Out-Game? Sagt man das so? So. Erstmal craften. Gut. Erstmal ein Feuerchen setzen. So. Da wohnen wir. Holz haben wir noch. So, hier. Komm. Ja, der braucht nicht so viel. Der braucht nicht so viel Fleisch. Der wird Vegetarier. So, dann gucken wir mal schnell zu unserem Hai-Freund hin. Wow. Gott, dich alte Leute. Ja, genau. Mach eine Fackel ruhig unter Wasser an. Scheiß auf die physikalischen Gesetze. Geh weg. 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 Den geht's noch... ...brillant, möchte ich sagen. Geh weg. Das Fleisch müsste jetzt fertig sein. In der Hoffnung, dass wir jetzt... Was ist das denn? In der Hoffnung, dass wir jetzt gleich mal nicht mehr verhungern, sondern einfach mal männlich durch den Tag starten hier. Weißt du Bescheid? Gut. Feuer heiß. Hai auch. Ich weiß nicht, wie viel ich da in der Zeit... Ja, Sprachfehler. Willkommen hier beim Sprachfehler. Twitch-Livestream. Ström. Können wir uns ja auch nicht. Gut. Was machen wir denn jetzt? In der Zeit? Außer gut aussehen. Wie man sieht. Wir sehen echt... Warte, was war Selfie? Ich glaub... Üh. Ja, wir sehen einfach hervorragend aus. Mh. Unsere blauen Augen. Ach nee, sind grüne Augen. Stimmt. Unsere stummeligen... Stummelbeinchen. Sieht total zwergig aus. Schön, dass die Feuerflamme fast größer ist als ich. Macht nix. Das ist wie im echten Leben. Ich pass auch unter den Türspalt. So. Das Feuer machen wir aus. Das Holz... Ja, komm, nimm die Kohle mit hier. Ohne Kohle läuft hier nichts. So. Jetzt sind wir auch schon wieder satt. Satt am Start und schwimmern wieder zu unseren Hai-Freund hin. Dessen Geschlecht wir immer noch nicht herausgefunden haben. Klar, er hat einen Schwanz, aber... Wir können ja mal gucken. Hallo? Ist da was? Hallo? Ich kann da leider nicht reingucken. Also, hingucken. Na gut. Sein Schwanz ist auf jeden Fall schon mal im Weg. Nee, ich hab keine Ahnung, was es ist. Es steht hier auch nirgendswo, ne? Oder bin ich blöd? Also... Das ist jetzt eine rein rhetorische Frage. Also bitte nicht beantworten. Es sei denn, es kommt nur Positives raus. Dann könnt ihr es gerne beantworten. Ich süffel schon wieder ab. Nein, ich bin nicht blöd. Sagt es nicht immer. So. Ähm. Ich leg den ganzen Scheiß hier mal ab. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich im Allgemeinen nicht. Brauche ich nicht im Allgemeinen nicht. Gut. Ich würde mal sagen. Sollen wir jetzt mal Hardcore sein. Und wir füttern den jetzt mal. Für die Leute, die das vielleicht nicht kennen. Ich habe den Server ein bisschen umgestellt. Sodass wir nicht sehr viel Fleisch. Beziehungsweise sonstiges brauchen. Sondern wir können einfach ganz fröhlich hinausgehen. Und... Naja. Dinos tame. Oder ein Hai. Ein Hai ist ja so gesehen kein Dino. Wobei... Eigentlich ja schon, oder? Ich hab Hunger. So, ich würde jetzt einfach mal sagen. Komm, rin mit dem Schinken hier. Komm, futter dich mal voll. Wo ist denn das? Ah, da. Ja, das sollte doch hinhauen, oder? Extra nice. Ja, wir haben ein Hai, dessen Geschlecht wir nicht kennen. Deswegen nennen wir ihn erstmal Fragezeichen. Ein schöner Name für ein Hai. Female. Ah, okay. Jetzt kennen wir ja natürlich das Geschlecht. Aua. Ah, wo kommt der? Hilfe. Hilfe. Ich werde gefressen. Nein. Nein. Er stirbt. Ich sehe es genau. Er wird sterben. Und ich hänge hier irgendwo fest. Hilfe. Hilfe. Flieh. Flieh. Flieh einfach. Hilfe. Nein. 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 Ihr solltet ihn nicht essen. Nein. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Nein. Alter, den hab ich gerade getamped, ihr Assis. So, wer bist du? Wer ist hier? Wer ist hier mein Freund? Wer ist hier mein Freund? Scheiße. Hilfe. Wer ist mein Freund? Wer ist mein Hai? Ich schwimme ein. Ich fliehe von diesem Schauplatz. Ich fliehe. Vielleicht fliegt sie hinterher oder so. Ich hasse euch alle. Euch alle da hinten. Ihr seid so scheiße. Ganz ehrlich. Ihr seid scheiße. Ihr seid echt scheiße. Ihr seid scheiße. Armes Fragezeichen. Es hatte so einen schönen Namen. Es hat uns alle nur verwirrt. Mit seinen Namen. Ich hasse mich halt scheiße, Alter. Ach, Mann. Ihr seid doch alle doof. Ganz ehrlich. Blöde Haie, ey. Mann. Das ist... Mann. Wirklich. Das ist kacke. Kann doch nicht einfach. Jetzt halten sie sich die ganze Zeit zurück. Denn natürlich nicht. Kaum gehört er uns. Werte sind natürlich erstmal zusammengeschlagen. Weil jetzt in eine bessere Zukunft und sowas. Muss nicht ständig hier draußen im Meer rumschwimmen. Kommt bei uns in die Vitrine oder so. Oder in ein Aquarium. Je nachdem. Mann. Das ist scheiße. Die ganze scheiß Tour umsonst. Okay. Ich werde mir jetzt ein paar Pfeile basteln. Und dann gehen wir Narko-Pfeile machen. Und dann gehen wir nicht. Ich will so einen scheiß... Das ist echt doof. Das ist jetzt echt doof gelaufen. Würde ich mal sagen. Schon wieder keine neuen Freunde für mich. Das ist alles so schlimm. Ich möchte jetzt auch nicht mehr reden. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch weinen. aber die Kameras an. Und ich kann nicht weinen. So. Das war es auch schon. Ich bin ein Kerl. Ich weine nicht lang. Ich weine nicht lang. Aber dafür weine ich hart. Ich weine männlich. So. Nach dem männlichen Geweine. Müssen wir jetzt erstmal sehen. Wie es weiter geht. In unserem Leben. Hat unser Leben jetzt noch einen Sinn? Ja. Komm. War nur ein Hai. War nur ein Fragezeichen. Fragezeichen finden wir zu... 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 zu Hauft. So. Dann schippern wir jetzt erstmal zurück. Und... naja. Vergessen das ganze Szenario, was gerade jedem passiert ist. Gott sei Dank habe ich Alzheimer. Deswegen ist es ganz schnell weg. Es ist wie bei... und es nur einmal Fingerschnippen und dann ist es weg. Ich möchte jetzt nicht mit den Fingern schnippen. Dann sieht jeder, dass ich nicht mit den Fingern schnippen kann. Aber macht ja nichts. Gut. Ich... park mich denn mal hier ran. Ganz vorsichtig. Oh, oh, oh. Nicht einparken wie eine Frau. Scheiße. Voll gegen die Wand. Wie eine Frau. Okay. Ja. Komm. Ist ein Frauenparkplatz. Passt. Ähm. Ich wollte jetzt ein paar Pfeile herstellen. Beziehungsweise... Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Wir nehmen uns hier einfach mal ein paar narkotische Bären mit. Aus diesen narkotischen Bären können wir nämlich jetzt noch ein paar Narko-Pfeile machen. Was ist denn das für Musik? Ach, ja, genau. Die Herbstmusik von Harvest Moon. Vorsicht. So. Ist hier schon irgendwas? Warum geht das nicht? Was? Gar nichts. Ich spreche nur aus Erfahrung. Das ist alles, das sind alles Erfahrungswerte, die man so kriegt. So. Ich bin jetzt aber weiterhin verwirrt. Ich bin jetzt mal ein paar Pfeile. Ich bin jetzt mal bei... Ich bin jetzt mal bei Vielen Dank.